CDU-Mann Michael Fuchs will noch mehr Arbeitsmigranten nach Deutschland holen. Eine große Hilfe für Deutschland und gelebte Solidarität Der Unionsfraktionsvize im Deutschen Bundestag, Michael Fuchs, will noch mehr Ausländer als Ausbildungs- und Arbeitskräfte nach Deutschland holen. Das sagte der CDU-Politiker in dieser Woche in einem Interview mit WeltOnline. Angesichts der höchsten Arbeitslosenquote in ganz Europa ist der Bundestagsabgeordnete der Meinung, dass, wenn junge Leute aus dem europäischen Ausland zum Arbeiten hierher kommen, ist das eine Chance für sie selbst, eine große Hilfe für Deutschland und außerdem gelebte europäische Solidarität. Ein Schutz des deutschen Arbeitsmarktes halte er für unnütz. Darüber hinaus ist er der Ansicht, dass es in einigen Regionen und Branchen in Deutschland Vollbeschäftigung gibt. Aus diesem Grund seien Arbeitskräfte aus dem Ausland dringend erforderlich. Welche Regionen und welche Branchen der CDU-Mann dabei meint, ließ er im Interview offen. Demgegenüber betonte er, es ist im Sinne der Menschen, wenn sie Arbeit finden und wenn sie die bei uns finden, dann ist das zu begrüßen. Wir profitieren von jeder Fachkraft und von jedem Jugendlichen, der bei uns eine Berufsausbildung macht. Aha.